Es war ja quasi veterano, die celebra su decimosexta edición y yo tengo el gusto de presentar a esa excelente directora, Gaboline Link, y al protagonista Zauro Schneider. Herzlich willkommen. Danke. Danke. Wir freuen uns wahnsinnig hier zu sein. Wir freuen uns, dass sie so schön sprechen. Sie sprechen ja auch Deutsch, nicht Englisch. Es ist eine Sprache. Ich freue mich unheimlich hier zu sein. Ich bin sehr geehrt. Ich freue mich immer, wenn ich in einen Raum komme und das Kino so voll ist. Ich habe noch nie so ein großes Kino gesehen mit einer Orgel. Ich habe gerade gehört, dass dieses Kino auch bald geschlossen werden soll. Ist das so? Es ist eine Möglichkeit, den wir sehen, dass der Zyn stille im Kino die Kino fern. Insofern werden wir hier bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir hier wieder abreden.